Hast du dir auch schon mal überlegt, ein Lernangebot zu teilen und das dann doch nicht gemacht? Hier kommen drei Gründe, die dich vielleicht überzeugen können, das doch zu tun. Der erste Punkt ist, dass du dir vielleicht denkst, na, was interessiert doch niemanden, was ich da erstellt habe. Da finde ich ganz klar, dass du dir sagen kannst, na ja, mindestens du hast es ja schon mal erstellt. So uninteressant kann das Ganze auch gar nicht sein. Zweitens könntest du dir überlegen, es finden bestimmt alle total doof, was ich da gemacht habe. Das finde ich sogar eher eine gute Sache, wenn Menschen da Kritik dran haben, weil das kann ja dann sowohl dich als auch dein geteiltes Lernangebot weiterbringen. Und der dritte Punkt könnte sein, dass du dir sagst, aber ich will doch jetzt hier nicht die Deppin sein, die mit allen teilt und alle anderen nutzen das dann. Da finde ich, dass man so drauf blicken kann, sich zu sagen, ist doch total cool, dass ich ein gutes Vorbild bin und so vielleicht auch andere zum Teilen motiviere.